Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jan Pöltner und ich habe vor vier Jahren 1000Fings gegründet. Ich würde mich als maximal semi-sportlich bezeichnen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch diesen Sommer auf einen kleineren Spaziergang mitnehmen. Bei meiner Wanderei werde ich zu Fuß von Bregenz nach Wien gehen. Das sind rund 900 Kilometer und ihr könnt mich digital oder in echt begleiten. Ich werde euch dabei Österreichs außergewöhnliche Regionen vorstellen. Außergewöhnliche Menschen, Unternehmungen, Aktivitäten und Hotels. Ich werde dabei garantiert an mein Limit stoßen, 287 Blasen auf meinen Füßen sammeln und vor so mancher Etappe wohl drei Beruhigungs-Schnapserl brauchen. Trotzdem will ich es unbedingt nach Wien schaffen, denn pro von mir gegangenem Kilometer werden wir von 1000Fings 5 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung spenden. Startet mit mir in mein bisher wohl größtes Abenteuer, wenn ich am 1. Juni in Bregenz mit der 1000Fings-Wanderei beginne. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.